Schönen guten Tag meine Damen und Herren, hier ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und ich möchte heute mit Ihnen über die wunderschönen Rothschild-Goldbarren sprechen. Wir haben hier ein paar Exemplare in den 50 Gramm, 100 Gramm und 1 Kilogramm Größen. Die Rothschild-Goldbarren sind ja ein Mysterium am Anlegermarkt. Zwischen 1809 und 1914 hat die Familie Rothschild, die weltgrößte Bank, die Rothschild-Bank betrieben und speziell in den Jahren 1919 bis 1967 wurden diese Barren auch hergestellt. Was steckt hinter den Barren bzw. dem Namen Rothschild? Seit 2004 werden diese Barren nicht mehr produziert und Sie müssen wissen, dass diese Barren nicht mehr als klassische Anlagebarren fungieren, sondern schon einen numismatischen Wert gewonnen haben. Man spricht von Aufschlägen zwischen 5 und 25 Prozent auf den reinen Goldpreis, damit man etwa den Preis ermitteln kann von diesen Barren. Das wird sich in den nächsten Jahren in unseren Augen deutlich steigern, deswegen machen wir heute auch ein Video, um diese interessanten Produkte vorzustellen, die wir auch in unserem Online-Shop Kettner Edelmetalle anbieten. Der Name N.M. Rothschild & Sanz ist heutzutage ein Name, der etwas am Anlagemarkt verschollen gegangen ist. Man kennt nur die namhafteren Hersteller wie Herreus und vielleicht auch noch Umikor oder Degussa. Speziell zu den Barren möchten wir vielleicht sagen, dass es diese Barren auch in den Gramm- und Unsengrößen gab. Hier gibt es noch eine Größe, die sogenannten Tola-Barren. Was sind denn Tola-Barren? Die wurden speziell für den asiatischen Markt gefertigt und Tola bedeutet, also 5 Tola sind 58,32 Gramm Feingewicht und 10 Tola sind 116,64 Gramm Feingewicht. Das heißt, sie sehen unübliche Größen, deswegen gibt es diese Barren überwiegend auch am asiatischen Markt. Auch die Unsengrößen wurden vorwiegend für den Export geschaffen. Zu dem Zeitpunkt war es eben so, dass Rothschild-Gold-Barren, die in England von der Royal Mint Refinery in London geprägt wurden, hauptsächlich für den englischen Markt gemacht wurden und dann die Unsen-Barren speziell für den Exportmarkt, für Übersee oder auch für den Rest Europas und die Tola-Barren eben für Asien. So, zu den Barren an sich. Die Barren haben wunderschöne Gegenstempel. Was ist ein Gegenstempel? Ganz einfach, ein Gegenstempel gibt es bei den Barren, zumindest bei den bekannteren Barren, zwei verschiedene. Einmal sind das die Hersteller Samuel Montago, das sind die selteneren, die werden sie relativ selten finden, da die meisten in der Goldhost 1980 eingeschmelzt wurden und es gibt noch Mokata in Goldsmith, das sind die zweitbekanntesten, auch relativ selten, aber die gibt es eben in Deutschland speziell noch häufiger. Zu den Barren ist es so, wenn sich die Gegenstempel genauer anschauen, stellen sie oft fest, dass die Stempel im 90-Grad-Winkel versetzt sind zu der Vorderseite. Wenn ich von der Vorderseite der Barren spreche, dann spreche ich die Rundseite der Barren an. Es ist so, die 50-Gramm-Barren speziell und die 100-Gramm-Barren haben eine Rundseite und eine abgeflachte Seite. Und wenn ich von einem Gegenstempel spreche, dann ist der Gegenstempel auf der abgeflachten Seite. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Es gibt den mit großem Gegenstempel auf der Rundseite und mit kleinem Gegenstempel auf der Rückseite. Es ist so, dass wirklich jeder Barren ein Unikat ist und das macht diese Barren auch so besonders. Ich kann diese Barren sowohl zu Anlagezwecken als auch zu Sammlerzwecken empfehlen. Hier werden beide Parteien ihre Freude finden. Es ist so, dass es zwei verschiedene unterschiedliche Größenangaben gab und manche Barren, sogar die 500-Gramm-Barren und die Kilobarren speziell, teilweise mit Jahreszahlen versehen wurden. Diese zwei Größen sind allerdings dann besonders selten. Das Beispiel, das wir hier in dem Video zeigen, ist ein 1-Gramm-Barren, der nicht mit der Jahreszahl bestückt ist. Sind die Barren bankenhandelsfähig? Ja, sind sie. Das Londoner Goldfixing wurde ab dem Jahr 1919 von der Familie Rothschild bzw. der Rothschild-Bank geleitet und auch mit beeinflusst. Heute ist es so, dass die Rothschild-Bank in drei Familienzweige getrennt ist, die sich hauptsächlich primär noch im Investmentgeschäft bewegen und weniger im Goldgeschäft. Hier sind die Handelsspannen für gewisse Bankintentionen eben zu klein und dann muss man sich auf andere Geschäfte konzentrieren. Wo konnte man diese Barren sehen oder wo kann man sie sehen? Bis zum Jahr 2014 gab es in der Perthman in Australien die größte Ausstellung der Goldbarren. Es ist so, dass die Ausstellung, man schätzt, so zwischen 500 und 700 Kilo Gold umfänglich hatte. Da wurden alle Varianten der Barren, die bis zu dem Zeitpunkt bekannt waren, ausgestellt. Diese Ausstellung ist leider beendet. Es wird vermutet, dass es in Europa eine zweite Ausstellung geben wird. Wann und wo, dazu gibt es noch keine konkrete Aussage. Was können wir noch sagen? Es gibt Informationen von einem unserer geschätzten Kunden. Der hat ein Buch darüber geschrieben zu dem Thema Rothschild-Goldbarren, zur Historie, zu einigen Details. Das umfangreichste Werk wird es ab Anfang August auch bei uns auf Anfrage geben. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich gerne bei uns. Wir stehen hier mit Rat und Tat zur Seite und beraten Sie selbstverständlich auch gerne zu diesem wunderschönen Produkt. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie schon welche dieser Barren haben oder wenn sie auch bei uns fündig werden. Wir würden uns über einen Like unter dem Video freuen und Sie dürfen gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren, wenn Sie mehr von diesem kostenlosen Fachwissen bekommen möchten. Bis dahin, ich bedanke mich. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Auf Wiedersehen.